Vielleicht geht es gar nicht darum, möglichst alt zu werden. Vielleicht geht es darum, sich über das Leben zu freuen, solange man noch selber das Auto steuern kann. Auch für die Ötztalstraße zwischen Zwieselstein und Unterdogel. Auch für die Hochkönigsstraße zwischen Fieberbrunnen und Wielsen und die Pastorenstraße am Jochberg. Wir brauchen alle Fahrzeuge übrigens Stiche. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020